Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora Smash Combo Randomizer. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn heute ist der Plan. Wir machen erstmal die Zeit zurück, gehen auf Tag 0 und heute geht es rein in den Dämmerwald bzw. Woodfall Tempel. Das ist der Plan für heute und ich bin gespannt wie weit wir kommen, ob wir es schaffen. Deswegen, theoretisch haben wir alles, was wir brauchen. Das einzige Problem, was ich halt sehe, was echt blöd ist, ist, dass wir diese Maske nicht haben, womit wir die Feen anlocken können. Das heißt, wir müssen theoretisch aktuell noch in jeden Dungeon nochmal rein, um diese Feen anzulocken, weil ich persönlich finde, dass ohne die Maske das einfach viel zu kompliziert ist, da nochmal richtig, ja. Da nochmal richtig hinterher zu sein, weil da musst du so ganz komische Jump Parts machen. Mit etwas Glück kriegst du dann vielleicht die eine oder andere Fee, musst dann ganz komische Stellen laufen und, ja, nee. Prio liegt aktuell erstmal darauf, dass wir den Dungeon abschließen und später nochmal hineingehen. So, ich würde sagen, wir rollen mal ganz kurz als Groni herum, sammeln nochmal ein bisschen Stuff. Das ist, glaube ich, so immer die leichteste Methode mit. Wow, kein Mana generiert. Ach, guck mal. Oh, nee, war Geld. Aber trotzdem mal da bekommen. So, da haben wir nämlich schon ein paar Feilen, ein paar Bomben. So. Ein Deku-Stick wäre, glaube ich, auch ganz nice. So. Die Frage ist nur, wo kriegt man denn Deku-Stick her? Gut, in der, im Sumpf gibt es einige Pflanzen. So. Mal kurz gucken, was Tingeln hier zu verkaufen hat. Falls ich ihn denn runtergeschossen bekomme. Du, 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 du. Ich weiß nämlich nicht mehr. Einfach nochmal nachgucken, aua. Hi. So. Ah, guck mal, der hat noch einen Token. Sollte ich mir mal kaufen, demnächst. Boah, Frame-Antbrüche des Todes. Was ist denn jetzt los? Los. Okay. Hat sich wieder gefangen. War zu viel gefunkelt, glaube ich. So, wir gehen da direkt rein als Zora-Link, denke ich. Kein Bock, da jetzt ewig hin und her zu latschen. Theoretisch hätten wir jetzt auch einen Teleporter schon. So. Mh, 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 mh. Aua. Guck mal, wir kriegen kaum Schaden. Wir latschen da einfach schnell durch. Mit der Zora-Maske kein Problem. Wenn wir es offiziell machen wollten, hätten wir jetzt erst die Hexe und so befreien müssen. Das ist doch doof. So. Schön. Haben wir das nämlich schon mal abgeschlossen? Und gehen hier gleich als Deku ran. Mh, äh. So. Und zack. Ich hätte vielleicht nochmal, keine Ahnung, zweieinhalb Turbine mitnehmen sollen, als ich in der Stadt war. Dann hätten wir das jetzt auch schon kaufen können. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. So. Noch irgendwo was? Erstmal nicht. Mh, mh, mh. So. Jetzt habe ich gesagt, ich will Deku-Sticks mitnehmen und habe es gar nicht gemacht, ne? Egal. Im Tempel selber gibt es die auch nochmal. Die Pflanzen. Die Deku-Piranjas. Mh, mh, mh. Mh, mh. So. Zack. Mh, mh, mh. Ja. Ich bin wirklich, ich bin wirklich guter Hoffnung. Wir haben wieder einen ganzen Dungeon voller Gegenstände und hoffe einfach mal, dass wir diesmal etwas mehr Glück haben und in diesem Dungeon möglicherweise ein neues Kernitem bekommen. Das wäre echt toll, wenn da wiederum mal wieder irgendwas weitergeht. Ich meine, alternativ hätten wir noch ein paar andere Dungeon, in denen wir was machen könnten. So, weggeballert. Uh, die lassen auch Deku-Sticks fallen. Das ist ja nice. Okay. Hi, Kumpel. Und tschüss. Okay. Cool. Mh, mh. Mh, mh, mh. Hab ich Deku-Nüsse? Nö. Schade. Zack. Zack. Mh, 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 mh. Warte mal, den schub ich mal schnell so weg. Äh. Komm hoch. Hobby. Karotti. Hallo. Zack. D, 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 d. Oh. Deku-Nüsse? Nice, 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 nice. Die nehmen mit. Und. Weiter geht's. Hm, hm, hm. Ja, wenn ihr noch andere Tipps und Tricks habt, was ich jetzt noch machen könnte, sollte, etc. Schreibt mir das gerne. Wir holen jetzt erstmal den Tempel hoch und trink einen Schluck Kaffee. So, das wird auch gar nicht mehr angezeigt. Da ist er. Oh, Leute. Geil. Ich freu mich voll, dass wir jetzt endlich mal wieder in einen neuen Dungeon reingehen. können. Boah. Und dann offiziell auch richtig geil abschließen. Okay, cool. Ja, oder geht's jetzt gleich los mit diesen Feen? Man könnte da jetzt so ganz doof langfliegen, ne? Aber. Ich weiß nicht, ob ich das will. So. Ich meine, das ist halt so viel leichter, wenn ihr das einfach mit der Maske machst. Setzt die einfach auf. Die kommen einfach zu dir geflattert. Ich weiß gar nicht, warum die Schiss vor mir haben. Ich bin so ein süßer Baum. Aber naja. Man soll halt nicht zu Fremden gehen, ne? Ist die Devise. So. Das gleiche Spiel haben wir, glaube ich, hier auch nochmal. Oder? War jetzt was drin oder nö? War nur Geld. Okay. So, dann da drüben in der Schatzkiste. Ist normalerweise auch eine. Diesmal nicht. Okay. Boah, normalerweise gibt's hier zwei, ne? Ich glaube, möglicherweise in den Spinnen ist noch eine drin, ne? Das könnte auch sein. So, warte. Hi. Boah, ich hab die auch nach... ...zurück nach Afghanistan geballert. Was ist da denn passiert? Okay, da war gar nichts weiter drin, ne? Okay. Also eine. Halten wir fest, eine. Okay. Hmhm. Zack. So, hier könnte ich jetzt direkt rein. Aber ich würde sagen, wir machen wieder Dungeon nach Vorgabe, oder? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Also, dass wir quasi den Weg gehen, der offiziell für uns gedacht ist auch. In diesem Dungeon. Und nicht einfach abkürzen durch die Tür. Ähm. Denn normalerweise müssten wir jetzt wahrscheinlich da unten rein. Und da unten könnten wir uns jetzt noch ne Fee holen. Perfekt. Fee Nummer 3. So. Zack. 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 Nr. 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 Das was, als wir hier sind. Nr. Wirkung. als mit der dicken ich weiß es nicht Okay, Schlüssel? Schlüssel geh ich mit? Schlüssel ist cool. So, was haben wir denn da? Brudo Crowd. Aber da brauche ich ja gar keinen mehr, oder? Ja, doch. Aber ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Da war jetzt schon alles geregelt quasi. Also ist eigentlich, als ob wir nichts bekommen hätten. So, aber hier hätten wir jetzt noch nicht den Bogen bekommen. Und dann glaub erst hier oben irgendwie. Ja. Ist hier auch eine drin? Ja. Die Frage ist... Können wir die irgendwie getten? Okay, cool. Haben wir noch gegettet? Nummer 5. Bis jetzt geht das eigentlich ganz gut. Ich könnte jetzt hier mit dem Bogen das aktivieren. Aber will ich das... Will ich das jetzt schon machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Genau. Ich glaube nämlich, da drüben wäre der Schlüssel drin gewesen. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal da rüber und gehen durch die Schlüsseltür. Wir machen den offiziellen Weg. damit wir hier nicht irgendwie... uns selber verwirren. Aua. So, Digo-Stick. Zack. Rein da. So, das ist jetzt ein bisschen eklig. Vor allem mit der großen Fee. Äh, mit der großen Fee. Mit der kleinen Fee da unten. Müssen wir mal gucken. So. Wir haben aber die Hasenohren. Mhm, mhm, mhm. Und da ist jetzt auch eine Fee drin, ne? Äh. Äh. Hallo? Wo ist er hin? Äh, die habe ich bestimmt wieder in die Wand geschossen. So, guck mal. Da unten ist nämlich diese Fee drin. Jetzt weiß ich nicht. Kann ich da als Sora? Ja, wahrscheinlich könnte ich. Boah, diese Frequenz ist aber auch richtig scheiße, ne? Alter. Dann kannst du halt auch gar nichts machen. Okay. Das ist erst mal kacke. Äh, kann man da einfach mit einer Dekunuss vielleicht hinballern? Um die zu bekommen? Na, ich glaube, ich habe das immer mit einer Bombe gemacht. Kann das sein? Äh, genau. So, jetzt kann die hier so ein bisschen frei rumflattern. Aber so ist kacke. Musst du mal ein bisschen zu mir kommen, Kleine. Dann kann ich dich vielleicht befreien. Und der hat doch gar keinen Bock, glaube ich. Ja. Und da oben schwebt, glaube ich, auch irgendwo noch eine rum. Ah, ich weiß halt nicht, ob wir das nicht später machen wollen. Ich weiß noch nicht. Okay, ähm. Ich würde sagen, wir beobachten das Ganze mal. Und ich hole hier nochmal meinen Deku-Stick raus. Hm, 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 hm. Bis jetzt haben wir nicht wirklich was Grandioses hier bekommen im Dungeon. Ich hoffe, das ändert sich noch. So, und ich zünde jetzt hier mal das Ding an. Und springe ins Wasser. Das hielt ich jetzt für eine gute Idee. Scheiße, ey. Mann. Krass. Ich bin so ein krasser Typ, ey. Miau. Zack. Man muss halt auch ein bisschen schnell sein, weil diese komischen Motten verfolgen einen auch. Und machen dir Schaden tatsächlich. Hä? Was? Das war doch vorher nie so schnell. Willst du dich veräppeln? Hab ich nicht ins Feuer entfernen? Oh. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ne, warum? Warum soll ich sie nicht mal benutzen? So, jetzt haben wir hier so komische Viecher. Und den inoffiziellen Bogen haben wir auch. Und wir kriegen noch einen Schlüssel. Was zur Hölle? Wir werden mit Schlüssel zugespampt. Ba, 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 ba. Okay, was haben wir denn hier? Uh, ja. Der Spirit Tempel. Wie viele gibt's da? Einer fehlt noch. Und der Boss Key, theoretisch. Dann könnten wir den auch komplett machen. Oder? Ne, Spiegelschild fehlt noch. Spiegelschild fehlt noch. Dann könnten wir das schaffen. So, warum kam ich gerade mit dem Stock nicht so richtig zu Pötte? Normalerweise muss man das mit dem Stock machen. Aua. So. Wir haben das jetzt angezündet da unten. Man könnte jetzt hier noch verschiedene Sachen runterschießen. Aber ganz ehrlich, ich... Ich mach das später hier mit den Feen. Das ist mir jetzt zu eklig. Ihr wollt ja auch ein bisschen Fortschritt sehen. Und wenn wir die Maske haben, dann machen wir hier weiter. So. So ist nämlich die Idee. So, Nüsse und Pfeile. Äh, Nüsse und Stäbchen. Und weiter geht's. Mhm. Okay, hier gibt's wieder eine Schatzkiste. Für das Zerlegen, glaube ich, aller Gegner. Kann das sein? Oder für das Anzünden aller Fackeln. Genau. Das ist eine Standardschatzkiste. Da wird leider nichts gutes drin sein. Aber wir haben hier noch irgendwo ein paar Fackeln anzuzünden. So, da geht die Tür auf. Alles klaro. Und hier mach ich nochmal die Tür auf. Haaah. Wahnsinn. Ein Ruby. Ruby, 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 Ruby. Ähm, okay. Jetzt wird man hier wieder ganz komisch. So. Ich schieß die mal eben weg, ja. Dann hab ich meine Ruhe beim Fliegen. Ich hab gar nicht auf die Musik wieder geachtet. Was haben wir denn hier eigentlich für ne Musik, Leute? Oh, schaff ich das? Ja. Sehr schön. So. Ja, aber der Part endet auch gleich, Leute. Ich würd's heute mal nicht ganz so krass Überlänge machen. Ich würd sagen, nächsten Raum schauen wir uns nochmal kurz an. Und dann, äh. Was war das denn? Dann gucken wir mal, wie es so steht. Genau, jetzt sind wir hier oben. Alles klar. Wir sind wieder in dem Raum. Wie viel können wir uns nochmal schnell? So, das war Nummer 6. Zack. Und dann würd ich sagen... Genau, da sind wir vorhin runtergekommen. Äh. Da sind wir gerade rausgekommen, ne? Ne, hier sind wir gerade runtergekommen. Genau, ich mach hier erstmal den Schalter an. Zack. Da haben wir hier schon mal einen Shortcut. Sehr, sehr cool. Pfeile kriegen wir auch noch hinterhergeschmissen. So. Ich glaube, jetzt ist eigentlich der Stand der Dinge, dass du das hier anzünden sollst. Aber ich glaub, auch erst, wenn du den Bogen hast. Ich glaub, normalerweise müssen wir erst jetzt rübergehen auf die andere Seite. Hier. Da rein. Dann schießt du da das Auge an. Das Auge macht dann den Wasserstand hoch. Kann das sein? Oder irgendwie sowas? Was macht denn das Auge? Okay, macht die Blume an. Okay. Genau. Und hier müsste, glaub ich, der Mini-Boss zwischen Boss drin sein. Den machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen, Leute. Gerne liken, kommentieren. Und, äh, schreibt mal in die Kommentare, was ihr erwartet, dass wir jetzt bekommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda Junge. Tschüssi. 2. 4. 4. 7.